moin 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 leute und ein kräftiges moin moin hinterher diesmal aus einer anderen perspektive weil jetzt alles vollgemüllt wegen umzug bin ich dann noch dabei einzupacken jeden tag ein zwei karton einzupacken und ja jetzt wollte ich mal wieder ein video machen voll bock drauf ich weiß wie hier dynamit also hier ist eine müller milch die hier das irgendwie schoko mit zimt wird sich mit zimt geschmack dynamit limited edition habe ich gefunden halt das geht schwer auf der inhalt will ich in mein bauch deswegen geht er auch nicht auf was ist denn hier versteht ihr zimt geschmack warm wärme behandlung 1,5 fett zutaten milch butter weiße schokolade ist das deswegen gespät hast du weiße schokolade leichtes hemdgeschmack hat sie schon ja bisschen zu kalt vielleicht glück aber ja ja weiße zimt geschmack der ist schon lecker wenn ich mir eine tafel schokolade mit zimt vorstelle schokolade mit zimt lecker 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 ja ja also ich kann es sehr empfehlen das ist nämlich die edition das sind unsere reste von weihnachten das weihnachtsgeschäft wer weiß das schon und da ist nur noch haut rein bis denn eure r r uhr uhr zahl auf das nächste video rein auch in dieser zeit vielleicht ein bisschen weniger kommt lecker und bis denn verpasst nicht in diesen videos es kommen auch in den nächsten zwei wochen ungefähr oder drei wochen auch von der neuen wohnung was zu sehen uhr freut euch schon mal schülp und lecker es ist wörrklig aus wörrklig aus Ich verspreche euch. Bis dann.